Heute gibt es ein sehr persönliches, ein sehr privates Video. Wir sind hier gerade bei mir in meiner Wohnung und hinter mir sieht man die frisch gebaute Wand aus Saal Digital Square Tiles, um die es heute gehen soll. Es geht darum, wir sind ja alle sehr fanatisch in Fotografie. Ich besonders. Mein Beruf, mein Hobby, mein Leben, alles dreht sich um Fotografie. Und ich finde immer wieder erstaunlich, wie wenig Aufwand und wie wenig Geld in das Zeigen von Fotos gesteckt wird, aber wie viel in das Machen. Also das noch schärfere Objektiv, das 2% schärfer ist, das darf mal 1000 Euro kosten. Aber wenn es darum geht, ein Fotobuch zu machen oder sonst was und ein großes Bild auszudrucken, das darf keine 100 Euro kosten. Und übrigens, Hashtag Transparenz, das heute hat alles nichts mit Saal Digital zu tun. Wir haben das Ganze selber gekauft, selber gezahlt, wir können hier die Rechnung reinhängen. Ich würde auch nicht einfach irgendwie für irgendeine Firma meine Wohnung zeigen. Ich habe hier eine Wand beim Ausgang des Zimmer meines Sohnes gebaut, um ihm sozusagen zu zeigen, worum es im Leben im Endeffekt geht. Sehr philosophisch, aber Erlebnisse, Dinge erleben. Und Fotografie ist für mich eine Möglichkeit, sowas festzuhalten. Auch sich zu erinnern an schöne Zeiten, an besondere Zeiten, an besondere Momente, an Menschen. Oma hängt hier irgendwo und Uroma und Uroma gibt es nicht mehr. Und ich finde es immer wieder krass, wie wenig Aufwand in dieses Zeigen gesteckt wird. Kommen wir mal zur Sache selbst. Das ist eine Square-Tile-Wand, so eine Fliesenwand-Tiles, also diese Quadrate. Das ist eine Forex-Platte, eine Schaumstoff-Platte, wo ein Bild draufgepresst ist. Und hinten dran ist ein Magnet. Das heißt, man kann die Dinger übrigens auch auswechseln. Und man muss nicht da die ganze Wand abreißen, wenn man das Ganze erneuern möchte. Die werden auch mit Power-Strips rangemacht, also mit diesen Dingern, die man wieder weglösen kann. Die sind sehr leicht, kann man auch mal wegnehmen und sagen, hier Oma, guck mal hier, ich will dir was zeigen. Also man kann die auch einfach wie als Bilder wegnehmen und zeigen. Das Ausrichten, da sind solche kleinen Quadrate, so Kreuze mitgeliefert, wo man den Abstand halten kann. Das ist alles super einfach zum Aufbauen. Aufziehen, Anziehen, Anbauen, fertig. Das ist wirklich keine große Sache. Übrigens, ich habe das absichtlich so tief gemacht, weil es geht ja vorrangig um meinen Sohnemann. Und der ist noch nicht keine 1,50 Meter oder 1,80 Meter. Das heißt, wenn der hier rauskommt, soll der das Ganze unten sehen. Und oben haben wir noch ein bisschen Platz, das Ganze zu erweitern. Also jetzt jedes Jahr kann man ja 5, 6 neue hinzuholen. Dann hat man so ein paar Jahre noch Platz. Mir geht es wirklich um eine große Sache. Und zwar diese Wand kostet, glaube ich, 9 Euro, die Fliese, da jetzt die Fotofliese hinter mir. Das ist fast 500 Euro. Und diese 500 Euro, nochmals, wir machen jede Woche ein neues Video über irgendwie noch neuere Technik. Die die Fotografie in keinster Weise wirklich verändert. Die Objektive werden schärfer, die Kameras hochauflösender, weniger rauschen. Aber viele Fotos, die ich hier gemacht habe, die sind mit 5, 6, 7, 8 Jahre alten Kameras gemacht. Und die sind genauso toll. Das heißt, da sind 3 Kameragenerationen und 3 Objektivgenerationen an der Wand. Und ich würde gar keinen großen Unterschied erkennen in der Ausgabegröße. Eigentlich habe ich nur die besten Fotos gewählt, die halt in der Situation, wo der Moment am besten gezeigt wurde. Und ich finde, das darf man gerne mal in die Kommentare hacken. Wie wäre es, wenn wir mal so ein kleines Battle machen? Man schreibt in die Kommentare, wie viel Prozent gibt man für die Aufnahme aus und wie viel Prozent seines Fotobudgets gibt man fürs Zeigen aus. Und wirklich mal realistisch bleiben. So übers Jahr betrachtet. Wie viel 100 Euro gebe ich aus für Kamera und Technik und Blitze und Leuchten? Und wie viel gebe ich aus für ein gedrucktes Bild oder für ein Fotobuch oder für eine coole Webseite, für eine Slideshow und so weiter und so fort. Ich finde das eine mega krasse Sache, wenn man es ein bisschen übertreibt. Da kommt auch ein bisschen der Fototipp oder der Tipp hinzu. Ich finde, man kann Fotos so einzeln präsentieren, ganz große, großartige Aufnahmen einzeln. Aber wenn man irgendwie sowas wie jetzt hier hinter mir macht, dann sollte man es übertreiben. Das heißt also, ich werde in den nächsten zwei, drei Jahren versuchen, wirklich die Wand zu füllen. Und dann ist es die komplette Wand, wo man davor steht und einfach sagt, boah, cool, 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 cool. Das ist also wirklich ein ganz wichtiger Tipp. Nicht mit, man kann von mir mit zehn Fliesen anfangen, aber man sollte schnell erweitern und erhöhen auf eine richtig beeindruckende Zahl. Weil das hinter mir macht einfach richtig Eindruck. Also das sieht hier, das sieht beeindruckend aus, wenn man davor steht. Übrigens, warum wir die ganze Zeit die roten Kleber drauf haben, hat auch einen Grund. Und zwar, ich zeige hier meine Familie und meinen Sohn im Internet gar nicht. Das heißt also, das ist alles hier sozusagen zugeklebt, damit er eine eigene Privatsphäre hat und selber irgendwann mal entscheiden kann, was er von sich postet und was nicht. Und deswegen bleibt es hier raus. Aber ich möchte trotzdem einfach hier an der Stelle zeigen, was halt sehr persönlich mich bewegt. Und das sind diese Momente. Das ist der eigentliche Sinn der Fotografie. Und übrigens, da darf ich ein bisschen Werbung machen, wir haben eine kleine neue Workshop-Strecke eingeführt. Das ist ein Kölschen Print. Und da geht es darum, dass wir zusammensitzen, drucken, Bild bearbeiten, was über Drucken lernen und Kölsch trinken. Und wir werden mit einem Feinart-Print und mit einem Leinwand jeden Teilnehmer nach Hause schicken, der mit uns diesen Kölschen Print-Abend verbringt. Und es geht genau um diese Sache. Wir geben immer so viel Mühe, Aufwand, Zeit und Kosten in die Entstehung, in noch ein bisschen mehr Schärfe. Aber dass hier 50 Freunde vielleicht von meinem Sohnemann vorbeikommen und sagen, boah cool, wo warst du hier? Und das ist der eigentliche Sinn der Fotografie. Wir wollen Erinnerungen festhalten, Erlebnisse, um die es im Leben ja wirklich ankommt. So, mit diesem Video sage ich Tschüss und viel Spaß beim Fotografieren. Und nochmal, ja, Saal Digital hat damit nichts zu tun, aber die Jungs hier aus dem Süden von Deutschland haben trotzdem, und Mädels übrigens auch, sind auch viele Mädels bei Saal Digital, wir haben es trotzdem verdient, dass man auch das Ganze highlightet. Sehr cool. Shoutout. Shoutout.